Renate Künast von den Grünen, Bundestagsabgeordnete und ehemalige Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Guten Abend, Frau Künast. Guten Abend. Frau Künast, ich nehme es in meiner ersten Frage vorweg, also Ihre Haltung zu diesem ganzen Thema gerade. Warum sind Sie gegen diesen Antrag, so wie er jetzt eingebracht wurde? Also ich bin dafür zu überprüfen, die AfD, aber ein anderes Vorgehen. Also es gibt sozusagen zwei juristische Wege. Der eine sagt, bei dem Antrag, der eingebracht ist, dass man auf alle Fälle beschließt, einen Antrag einzubringen und dann mit dem Verfertigen der Schrift sozusagen eine Gruppe beauftragt. Wir sagen, wir wollen einen zweigeteilten Antrag als erstes, den ein Gutachten, eine Prüfung machen, auch unter Zuhilfenahme der Mittel des Bundesinnenministeriums, der Landesministerium und der Verfassungsschutzämter. Und von Wissenschaft und dann ein Gutachten haben, das sagt, ist das erfolgversprechend, einen Verbotsantrag zu stellen und dann diese Entscheidung zu treffen. Es sind zwei Schritte. Wenn früher beim NPD-Verfahren das Innenministerium der Bundesregierung sowas empfohlen hat, haben Sie auch erst das Gutachten und dann den nächsten Schritt gemacht. Ich glaube, es ist richtig, die Frage zu stellen, aber wir würden gerne ein anderes Verfahren haben. Das grenzt uns allerdings ab zu allen anderen, die sich gar nicht geäußert haben. Insofern haben wir was Gemeinsames. Frau Künast, dieses Verfahren, wie Sie es gerade skizziert haben und so, wie Sie sich das vorstellen, warum halten Sie das für das bessere und das erfolgversprechendere Modell und die erfolgversprechendere Idee? Also das Parteienverbot, die Feststellung der Verfassungswidrigkeit durch das Bundesverfassungsgericht ist ja ein sehr scharfes Schwert, weil alle Parteien quasi durchs Grundgesetz abgesichert sind. Parteien wirken bei der Gesellschaft, die politischen Willensbildung mit, heißt es da und dann gibt es halt die Ausnahme oder die Verfassungswidrigkeit. Das ist ein so scharfes Schwert, das möchte niemand gegen sich gerichtet sehen und ich glaube, dass es deshalb besser ist und richtiger, in diesen zwei Etappen zu sein. Und ich denke auch, wir wissen ja, dass die AfD sich auch trickreich verhält, versucht, ihr Programm zu säubern. Es ist sehr schwer, beim Bundesverfassungsgericht tatsächlich die Verfassungswidrigkeit feststellen zu lassen. Die Kriterien sind extrem hoch und deshalb möchte ich gerne die Entscheidung auf der Basis eines Gutachtens haben, das tatsächlich sagt, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist. Wir haben im Augenblick ja nicht mal vom Bundesveramt für Verfassungsschutz eine aktuelle Einschätzung, ob sie extremistisch sind und damit ein Beobachtungsfall. Bisher gilt das ja nur für einige Landesverbände. Also Sie sehen, es ist gar nicht so einfach. Ich verstehe emotional das immer, weil das ist schon ein schlimmes Netzwerk und sie haben auch zersetzende Ziele. Aber ich glaube, dass wir trotzdem in Ruhe drauf gucken müssen und die ganzen anderen Maßnahmen nicht vergessen, die noch nötig sind. Vor allen Dingen eine starke Zivilgesellschaft. Wenn Sie jetzt sagen, das ist so ein scharfes Schwert, da gibt es so viele juristische Fallstricke letztlich auch. Wäre es dann nicht besser, vor diesem Hintergrund da koordinierter vorzugehen, da sich erst einmal irgendwie zu einigen auf einer breiteren Basis im Bundestag, als das jetzt diese eine Gruppe nach vorne prescht mit knapp mehr als 100 Abgeordneten, eine andere Gruppe dann ihren anderen Vorschlag präsentiert? Extrem schwierige Fragen haben halt manchmal auch solche Verfahren. Und ich glaube, es kann nicht sein, dass man denen, die sich mit dem Thema beschäftigen oder einen Antrag einbringen, dann kritisiert, während die anderen sozusagen sich mit dem Thema gar nicht beschäftigen. Das ist meines Erachtens nicht okay. Wir haben das ja in anderen Fällen auch gesehen, also mühevoll beim Thema Sterbehilfe und so, wo sich Entscheidungen immer hinziehen. Nein, dieses Thema muss auf die Agenda und da macht man das ein oder andere Vorgehen besser finden. Aber Tatsache ist, dass man sich damit auseinandersetzen muss und man in der Gesellschaft auch sehen und wissen muss, dass die Frage gestellt wird. Ich finde es eher schade, dass ein Herr Haldenwang vom Bundesamt für Verfassungsschutz so spät gesagt hat, dass er für die CDU kandidieren will, sodass die Innenministerin ihn jetzt erst einmal von der Aufgabe enthoben hat. Heißt aber auch, dass die Verfassungsschutzermittlungen erst, ich weiß nicht wann, kommen statt Ende dieses Jahres. Sie waren für den Dezember angekündigt. Das hätte ja unser Problem nicht juristisch gelöst, weil verfassungswidrig sein als Partei hat viel schärfere Kriterien. Aber es wäre eine Materialsammlung auf dem Weg dahin gewesen, hätte uns geholfen. Was glauben Sie denn jetzt in der aktuellen Situation, wie diese Diskussion bei den Wählerinnen und Wählern ankommt? Also unabhängig, ob Sie es nun mit der AfD halten oder nicht mit der AfD. Es ist nicht mehr lang bis zur nächsten Bundestagswahl. Nach allem, was wir diese Woche gelernt haben, dann wird darüber gesprochen, eben diese Partei möglicherweise zu verbieten. Auf dieser Zielgeraden oder kurz vor dieser nächsten Wahl. Haben Sie den Eindruck, das könnte bei dem einen oder anderen so ein bisschen Geschmäckle auch haben? Das kann so oder so wirken, ohne Zweifel. Aber ich glaube, dass es so ist, dass es das ganze Jahr über sozusagen es Kritik gibt. Der eine interpretiert es so, der andere so. Für den anderen ist es Wasser auf die Mühlen. Der andere sagt, na endlich, diese Reaktion haben wir ja auch, dass man sich damit beschäftigen muss. Und ich muss hier mal auf eines hinweisen. Ich habe ja selber so ungefähr 2015 angefangen, mich sehr stark mit Facebook, mit Hate Speech und so auseinanderzusetzen. Und früh gesagt, Leute, guckt mal, wie die analoge rechtsextreme Welt sich mit der im Digitalen auseinandersetzt. Wir sehen, wie heutzutage Netzwerke entstehen bis hin zu Terrorismus. Gerade eben auch in Sachsen wieder im Umfeld AfD. Die haben die dann gleich ausgeschlossen. Also da ist nichts trivial und ich würde es am Ende trivial finden, wenn man sagt, es hat Geschmäckle und ähnliches. Natürlich müssen wir uns alle die Frage stellen, zwei Fragen stellen. Die einen müssen sich die Frage stellen, warum sie das nicht auf die Agenda setzen. Die anderen müssen sich die Frage stellen, dass man auch respektvoll gerade in Wahlkampfzeiten mit anderen Parteien umgeht. Aber das Thema ist nicht trivial. Also da versuchen ja verschiedenste Gruppierungen quasi Staatlichkeit zu zersetzen. Und ich kann nur jedem sagen, ich möchte nicht da enden, wo die USA jetzt geendet ist, dass plötzlich nur noch Emotionen durchdrehen und ein Elon Musk unsere gesellschaftliche Debatte beschreibt. Nee. Und deshalb glaube ich, können wir der Debatte gar nicht ausweichen. Jeder muss sich kritisch hinterfragen, was sie tun, wann. Das wird bei allen Anträgen am und im Bundestag auch geschehen. Das sagen ja auch alle, zu gucken, wie das Verfahren weitergeht. Aber die Leute müssen schon die Stimme erheben. Mir macht eher Sorgen, dass manche sagen, sie kooperieren nicht mit der AfD, aber manchmal so sprechen, als würden sie selber als Rechtspopulisten auf der anderen Seite der Brandmauer stehen. Also ich glaube, Seriosität und Respekt unter Menschen, das ist auch die große Frage. Sonst laufen nämlich immer mehr dahin, weil sie meinen, so geht man miteinander um. Einschätzung zum AfD-Verbotsantrag von Renate Künast von den Grünen. Sie sind Bundestagsabgeordnete und ehemalige Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Künast. Ich danke Ihnen auch.